Borum ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die nach vorne brutale Qualität hat. Du hast das Torfeld schon angesprochen, sie haben die meisten Tore in der Liga geschossen. Deswegen wird es für uns keine leichtere Aufgabe als gegen Leipzig oder gegen Kaiserslautern. Ganz im Gegenteil. Da war es halt so, dass die Mannschaften noch oben dabei waren. Und jetzt könnte man denken, Borum ist irgendwo im Mittelfeld und es geht um nichts mehr für sie. Aber da glaube ich nicht. Jeder spielt Fußball und wenn man auf dem Platz steht, will man die Spiele gewinnen. Und Borum wird alles reinwerfen, um hier bei uns noch einen versöhnlichen Saisonabschluss zu haben und noch so viele Punkte wie möglich zu holen. Und mit ihrer Offensive wird das eine richtige Probe für uns. Da müssen wir, wie zuletzt gegen Leipzig zu Hause, alles reinhauen, was im Tank drin ist. Und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Wir haben, wir haben Amen.